Die Frage, wie man die Welt verändern kann und wie man das selber tun kann, ich denke, das ist etwas, was eigentlich alle jungen Leute lernen sollten heutzutage. Ich halte das für die Schlüsselfähigkeit. Was mir daran wichtig ist, ist, dass ich denke, dass eigentlich alle Studierenden die Möglichkeit haben sollten zu lernen, wie man nicht nur eine Idee hat, was sich vielleicht ändern sollte in der Gesellschaft oder auf der Welt, sondern dass man weiß, wie man diese Idee in die Praxis umsetzt. Und da ich natürlich nicht persönlich oder mit unserem Team eine skalierbare Zahl von Leuten unterrichten kann, da war der MOOC eigentlich die logische Konsequenz. Und zwar geht es uns um Projekte, von denen die Gesellschaft Nutzen hat und die sozialunternehmerische Methoden in der Strategie einbauen. Und am Ende dieses MOOCs steht halt ein Projektkonzept. Mit diesem Projektkonzept können sich diejenigen, die das wollen, dann direkt anschließend bei uns im Ideenwettbewerb um Startkapital bewerben. Man kann kriegen bis zu 2.000 Euro. Insgesamt haben wir an die 30.000 Euro. Und es sind Projekte, die man in sechs Monaten umsetzen kann, in einem kleinen Team mit drei, vier, fünf Personen. Dieser MOOC ist also auch so geplant, dass da in ganz unterschiedliche Fachkontexte integriert werden kann. Und wir haben jetzt die ersten so knapp zehn Hochschulen. Das reicht also von Lehrveranstaltungen im Bereich Schlüsselqualifikation. Dann haben wir welche im Bereich Gründung, Entrepreneurship, die den MOOC nutzen. Wir haben eine andere Hochschule, die nutzt das für nachhaltiges Tourismusmanagement. Bei uns wird es im Bereich Geografie, Nachhaltigkeitsforschung integriert. Also in ganz unterschiedliche Fachkontexte ist das integrierbar. Und da drumherum, also der MOOC sagt, wie plan ich so ein Projekt? Aber drumherum kommt eigentlich der fachliche Kontext. Und das sind wir am Aufbauen. Und wir denken, dass das notwendig ist, damit es halt reale Teams vor Ort gibt. Was wir uns wünschen für die Zukunft ist, dass diese Softwareplattformen mehr Teamfähigkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten haben werden in Zukunft, als es im Augenblick der Fall ist. Also Sie können halt nicht mit einem vernetzten Team zum Beispiel zwischen drei Kontinenten gemeinsam an einem Problem arbeiten. Das erlaubt die Plattform nicht. Aber da muss ich ihr Wässer in Schutz nehmen. Das erlauben diese Plattformen alle nicht. Und dann müssen die natürlich alle ausweichen auf irgendwas anderes. Aber dann fällt natürlich der, dann arbeiten die einen in irgendeiner Facebook-Gruppe zusammen und die anderen machen das irgendwie auf Asana oder was für Tools auch immer. Aber das ist natürlich nicht der Sinn, ein Zweck von so einem Kurs, weil die Stärke ja darin liegt, dass wir so viele Leute bündeln. Und dafür müssen sich die Plattformen eigentlich auf ein moderneres Lernverständnis noch einstellen. Was mich auch überrascht hat, wir haben diesen MOOC in Absprache mit Iversity ja nach Wochen getaktet. Natürlich mit der Intention, dass es Dinge gibt wie Peer-to-Peer-Feedback auf Ideen und solche Sachen, die man halt ja zeitlich takten muss, damit das einigermaßen funktioniert. Was wir aber sehen, ist, dass da Tag für Tag weitere Leute zukommen, und zwar eigentlich erhebliche Zahlen, und dass die Leute halt den Kurs nicht in dem Rhythmus machen, wie wir das mal so geplant haben. Also das sozusagen, die machen das dann, wann sie Zeit haben. Und ich glaube, man muss diese Kurse doch so planen, dass das für beide Gruppen passt. Also einmal die Gruppe der Leute, die das in dem Takt machen, in dem Ablauf, wie man das mal so geplant hatte, aber dass es auch funktioniert für die, die später dazukommen oder die Sachen sagen, ich mache das jetzt gar nicht in drei Monaten, sondern ich mache das in zwei Wochen, das muss trotzdem funktionieren. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die wir gemacht haben.